Ein liebes Hallo an alle da draußen und alle, die sich wieder für das Thema Kinderfüße und Kinderschuhe interessieren. Und ihr werdet es nicht glauben, wir haben diesmal wieder ein neues Thema für euch. Und zwar, es geht nicht um Turnschuhe, aber es geht um waschbare Schuhe. Und wen es interessiert, der bleibt einfach dran und wir sehen uns gleich dann. Das Thema waschbare Schuhe ist ja nicht erst seit gestern interessant, sondern interessiert ja auch viele Eltern, wenn es darum geht, zum Beispiel weil mein Kind so dolle Schweißfüße hat. Dann wird natürlich immer gerne gefragt, kann ich denn diese Schuhe auch waschen? Hier muss ich natürlich immer mit dazugeben, sie dürfen es gerne probieren, aber generell sind alle Schuhe, sofern sie nicht explizit dafür ausgerichtet sind und auch ein Vermerk mit dran ist, nicht für die Waschmaschine gedacht. Es geht eigentlich ganz einfach um diese mechanische Beanspruchung in der Waschtrommel an sich, wenn also hier so ein Schuh damit bewegt wird. Und wir haben es ja heutzutage, so muss ich es ganz ehrlich mal sagen, auch sehr natürliche, weiche, chemische Kleber dabei, die mitunter auch wasserlöslich sind. Mitunter. Sollte jetzt beim Schuh nicht unbedingt passieren, weil ganz einfach mit denen möchte ich ja auch mal gegebenenfalls durch eine feuchte Wiese laufen, ohne dass mir dann sozusagen die Sohle abklappt wie so ein Fischmaul. Also, stabil verarbeitet sind sie auf jeden Fall, das heißt also eine Verklebung sollte in dem Fall auf jeden Fall halten und man kann es natürlich auch auf eigenes Risiko probieren. Zum Beispiel, wie bei diesen Outdoor-Sandalen, gerade wie wir sie führen von Kamek, von Kien und so weiter und so fort, da gibt es viele Modelle, die richtig sogar salzwasserresistent sind und die kann man natürlich dann auch mal nach einer bestimmten Tragezeit, natürlich, ich sage bitte nicht jede Woche, kann man die, oder darf man die dann auch mal in die Waschmaschine tun. Auch hier sollte immer nach Möglichkeit ein mildes Waschmittel verwendet werden und auf Weichspüler zum Beispiel gänzlich verzichtet werden. Was wir jetzt im Sommer zum Beispiel ganz neu reinbekommen haben, sind wirklich waschbare Schuhe von Camper aus Spanien. Supertolle, leichte, sommerliche Sneaker für Kinder oder Mamis, die nicht gerne Fuß zeigen, Zehen zeigen, wie auch immer, und die aber trotzdem einen leichten und atmungsaktiven Schuh haben möchten. Denn wie ihr gerade seht, hier haben wir so richtig schöne durch die Wabenstruktur Luftlöcher drin, sodass auch hier mehr Atmung drin ist als zum Beispiel jetzt bei diesem Modell von Brüding. Sportschuhe natürlich haben ja auch immer eine gewisse Funktion, das ist eben halt dieser sommerlich leichte Sneaker, sogar versehen mit einem schönen Fersenpolster, dass die Ferse hinten nicht rausrutscht. Aber wie bei allen anderen Slippern, ohne Verschluss muss ich immer sagen, passen muss es. Dann nützt auch der schönste Schuh nichts, wenn ich sozusagen hinten rausschluppe und mir hier vorne der Fuß praktisch keinen Halt hat. Wäre doof. So, und Turnschuhe haben ja auch immer eine Funktion, dürfen auch mal ein bisschen nett und mädchenhaft aussehen, wie die mit dem Lorexfaden, aber da weiß man natürlich auch, dass diese metallenen Fäden auch ein bisschen sehr zur Rissigkeit oder Sprötigkeit neigen. Sprötigkeit ist, glaube ich, gar kein richtiges Wort, also sie werden spröde. Also, wenn ich die natürlich hier mit wasche, muss ich immer damit rechnen, ich stelle zwar vielleicht annähernd den Sauberkeitscharakter etwas besser her, kann aber sein, dass die ganze Optik des Schuhes darunter leidet. Wo ich gänzlich davon abrate, Schuhe in die Waschmaschine zu schmeißen oder mit der Waschmaschine wieder zu bearbeiten, das sind solche mit einem hohen synthetischen Lederanteil. Das heißt also hier aufgrund der Struktur A, es braucht länger zum Trocknen und B ist es natürlich auch hier, dadurch, dass es ja Temperaturen sind, die in der Waschmaschine sind, selbst 30 oder 40 Grad im Schonwaschgang sind nicht die Temperaturen, die eigentlich für diesen Schuh gedacht sind. Das heißt also hier aufgrund der Zusammenwirkung mit Waschpulver, mit Wasser, mit den Härtegraden, mit dem Chlor, die da drin sind, was ich jetzt nicht weiß, welchen Härtegrad jetzt ihre Waschmaschine oder ihre Wasserwerke haben, ist es natürlich immer mit so, da leidet so ein Material auf jeden Fall. Hier würde ich also eher zu einem Reinigungsschaum greifen als zur Waschmaschine. Dessen kann man es also immer sein, es hilft, aber immer nur bedingt. Und man sollte es auf jeden Fall als Kunde selber abwägen, mache ich das, mache ich das nicht. Eins, zweimal innerhalb eines halben Jahres oder eines Quartals kann man das bestimmt machen, aber bitte nicht, wie in allen Fällen, übertreiben, weil das bringt nämlich nichts. Ich denke mal, damit haben wir wieder ein paar Fragen geklärt. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das so wäre. Und ich denke mal, das eine oder andere Feedback bekomme ich ja von euch dann sowieso. Und ansonsten noch ein liebes Dankeschön an unsere Abonnenten und alle, die es noch werden wollen. Lasst euch nicht so lange betteln oder bitten. Das wäre toll. In diesem Sinne gerne bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen. Bis dahin.